Wie hast du das gefunden? Ich hab es schon eine Weile. Wie lange? Viele Jahre. Also, ich hab's versucht, aber Mike war da und ich... Ich hab's mal abgegeben. Du solltest jetzt gehen, Marc. Hallo, Forst. Hier bin ich. Gott sei Dank. Sie haben meine Nachricht bekommen. Ja, das habe ich. Haben Sie auch meine anderen Nachrichten bekommen? Ja, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Die Nachrichten fand ich recht amüsant. Wirklich. So ein Todlach. Forst tötet Älter und die ganzen Obdachlosen. Das ist fabelhaft. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten.